Für die Landwirtschaft ist der Klimawandel eine grosse Herausforderung. Wenn zum Beispiel schon mit dem Sommer die Quälen oben auf den Alpen versiegen, haben die Kühe kein Wasser, es wachst nicht und schlussendlich kommt in ihnen auch viel weniger Wasser an. Und man weiss halt auch nicht, wie das in der Zukunft aussieht mit ihnen und mit den Gewässern allgemein. Drei Maschmetter Drei Maschmetter Drei Maschmetter Drei Maschmetter Untertitelung des ZDF, 2020